Ich werde oft gefragt, so wie schaffe ich das alles, Comedy, Arbeiten, ich habe Kinder, wie mache ich das? Ganz einfach, ich erkläre euch das, ich bin jetzt nämlich Vater geworden. Ja, ich habe mein Eltern-Gender geändert. Ja, ist ganz leicht und unkompliziert, man muss gar nichts machen. Ja, man muss einfach nichts machen.